Läuft schon? Alright, äh, 1000 Follower. Unglaublich. Aber ich fang nochmal an. Ich darf es nicht zu wild werden lassen, ne? Schon Energie auf jeden Fall. Okay, irgendwie sowas. Hey Kraft Family, unglaublich, wir haben es geschafft. 1000 Follower haben wir geknackt. Es hat circa 11 Monate gedauert. On the way to a million. Ne, Quatsch, eine Million ist noch ganz, ganz weit weg. Ich hab mir auch erstmal für dieses Jahr nur das Ziel gesetzt, jede Woche ein Video. Mit ein bisschen Schummeln hat es auch geklappt. Wir mussten mal ein Video nachholen. Aber wir haben es geschafft. Vor allem dank euch. Ihr klickt immer Like, ihr kommentiert, ihr abonniert. Deswegen an jedem von euch statt draußen. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei seid, dass ihr immer einschaltet. Jeden Freitag, wenn ich meine Videos mache zu meinen Themen Kaffee, meinen Kaffeehäusern Prenzlauer Berg und Pankow, den Zweien in Berlin hier. Und ich bin wirklich unglaublich dankbar, dass ihr mir auf der Reise irgendwie beisteht. Und hab hoffentlich ein kleines Special für dieses Video mitgebracht. Ich werde euch nicht über Kaffee reden. Wir sollen Dank werden. Vor allem natürlich an euch. Danke, 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 danke. Aber auch natürlich an mein Team. Einmal meinem Team vom Kiez Kaffee Kraft, also meinem Bruder und Robby. Den zwei Jungs, die mir das auch hier ermöglichen. Meinen Geschäftspartnern. Die sagen, Marco, mach das. Das bringt uns so, 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 so viel. Vielen lieben Dank an meine Frau, die mir zum Beispiel auch zum Geburtstag ein Sprachtraining geschenkt hat. Unglaublich. Da war ich jetzt zweimal schon. Mal gucken, was ich davon heute alles umsetze. Nein, auch vielen lieben Dank an meine Familie, meine Eltern, die mich unterstützen. Ja, aber genug des Dankes. Kleines Special, kleine Verlosung. Liebe, liebe Leute da draußen, schreibt mal bitte unten in die Kommentare, wo in Berlin, in welchen Bezirken wir unsere zwei Cafés haben. Und unter allen Antworten da draußen gibt es drei Preise. Einmal diesen niceen Hoodie hier, Kraft vorne und hinten dieser kleine Spruch drauf, in Cafés passieren nämlich magische Dinge. Deswegen diesen Special Hoodie gibt es einmal als Preis für euch. Den kann eine Person gewinnen. Als zweites gibt es das ganze Ding als weißes T-Shirt nochmal. Das ist Preis Nummer zwei. Und Preis Nummer drei ist von uns eine Kaffeetüte, entweder Filter oder Espresso. Kannst du dir aussuchen. Das heißt, diese drei Preise verlose ich. Ich sag mal so, bis nächste Woche Freitag, also eine Woche nach Veröffentlichung dieses Videos, werde ich mal die Kommentare zählen und alles verlosen. Als kleiner Dank für euch. Vielleicht schaffen wir ja in den nächsten elf Monaten nochmal tausend, zweitausend, I don't know, auf wie viele Follower. Mich würde es auch einfach riesig freuen, wenn ihr allen anderen euren Freunden diesen YouTube-Kanal hier schickt, die Bock haben auf Kaffee, die mehr wissen wollen über Kaffee. Schickt uns alle Fragen, stellt sie unten in den Kommentaren. Wir probieren dazu Videos zu machen. Geil, dass ihr dabei seid. Ich glaube, was hast du noch in der Hand steckt? Ihr könnt uns natürlich supporten, wenn ihr auf unseren Online-Shop geht. Da gibt es auch diese geile Kraftsocke hier. Da werden auch zwei Euro gespendet an einen Verein, der sich für Kinderkrebspatienten und ein Kinderkrebskrankenhaus einsetzt. Deswegen die Kraftsocke zusammen mit Mastery Berlin. Und sonst, geil, dass ihr dabei seid. Ich bin unglaublich dankbar. Es macht mir viel, viel Spaß. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ciao.